Oh, hier ist ja richtig was los, was Rohstoffe angeht. Probe Launched. Probe Away. Probe Launched. Probe Launched. Probe Launched. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month It is not known if neural decay is permanent Data collection was not completed Come on, let's get going Let's check the ship My father had the beacon for almost nine years Maybe that neural decay affected him Avoiding it for a decade seems unlikely Yeah, you're right, Miranda Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht What was her name? Sarah? S-Suzanne? My god, I can't remember, I can't remember her face We need to get out We need to get out So I can remember Can think straight They have to hurry Oh man Oh man After a crash Ich glaub wir haben hier alles. Du kamst aus dem Himmel? Der Lieder sagte, dass jemand kommen würde. Er hat sich so lange gedauert, aber er hat immer noch Macht. Beruhigen sie sich. Was ist hier los? Er hat sich so lange gedauert. Das war nicht die Neural-Decay. Sie waren feral. Mein Vater würde nicht sagen, etwas ist sehr falsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sicherheitsmaxx nicht so weit verbreitet war vor dem Angriff auf die Citadel und dieses Schiff seit 10 Jahren gestrandet. Das Gleiche gilt auch für Thermomagazine. Kleine Analogie Glocke. Aber nur Frauen. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist nicht die beste Reaktion zu der Familie, Jakob. Warum würde mein Vater beherren seinen Crew essen zu essen? Alles, was passiert hier hier, muss es stoppen. Was zur Hölle? Wer hat sie versucht, um sie zu machen, um das zu machen. Das ist die Bordelung. Das ist nicht der Wissen, selbst zu machen. Das hat sich zurückgeht. Was ist das? Das ist nicht die Bordelung. Damit zu machen, dass sie zu machen. Och das sind die Bordelung. Sie haben meine Waffen zu machen. Das ist das Doppelung. Was ist das Bordelung! Ah, jetzt warte ich nicht. Was steht drin? Das erklärt aber keine zehn Jahre. Die Beacon wurde verabschiedet nach einem Jahr, also der Plan muss funktionieren. Warum kein Signal? Das war nicht die letzte Entritte auf der Liste. Mehr incidents. Schmerz. Es ist wie sie sie. Oder Toys. In einem Jahr. Alle die Mannschaftsgruppen sind als Exile oder dead. Sie verabschieden die Frauen. Sie verabschieden sie an die Oficierungen. Wie Pets. Und nachdem die Beacon wird verabschieden, die Oficierungen in den Kasteln erscheinen, auch. Nachdem. Mein Vater nahm die Kontrolle und nicht verabschiedet hat. Hast du eine Erklärung für das? Er ist dein Vater. Ist er? Das ist nichts. Vielleicht ist die erste Entscheidung. Aber das andere? Abwechslung nicht mehr als das. Ich muss diesen Mann finden. Jetzt. Okay. Weg hier. Aus dem Weg, Jacob. Aus dem Weg, Jacob. Ich hasse den Servern. Ich hasse es ja, wenn neue Dialoge, alte, einfach anbrechen. Neinola- Gute keuf nicht. Ratschung 부분이 für die Stirела credentials. Angehege. 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 Oleling ist deutlich geschehen. 있습니다. Ersteannya aller Parsifuren. Was ist das? Wie wär das? Keine Arme, keine Schokolade? Wie? Dass wir aber auch keine Waffen haben, die einfach... Ne, wir können nicht Phase auf Betäubung stellen oder so. Leider. Deshalb Brandprojektile, ne? Also, was willst du mir ran... Ne, nur Miranda. Ich dachte schon. Ich bin auf der Seite. 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 So können wir gehen. So können wir gehen. Ich muss meinen Vater in den Augen und hören, um das zu tun. Ja, und da steht einfach rum ins Schild. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Ich wusste, dass ein echtes Team durchführen würde, einfach gut. Sorry, wenn die Mech scufft ihr Pads. Ich werde dir etwas schönes, wenn wir zurückkommen in Allianz-Space. Ich muss ein paar Back-Pay kommen. Was ist deine Crew? Kaptain? Total Loss. Die Toxik-Food haben sie wild. Sie haben mich hier in ein bisschen wie ein Ritual-Behaviour. Ich warte, dass eine Chance zu signalen, dass es zu hell ist. Das ist das beste, was du kannst? Du lässt alle deine Leute zurückgehen? Wie bist du genau? Ja, genau. Commander Shepard von Normandie. Ich glaube, dass du mit Mr. Taylor bist. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht ich? Wird 10 Jahre dieser Zeit besser aussehen für jemanden in der Galaxie? Du musst verstehen, das ist nicht ich. Die Realitäten der Kommandien, sie verändern dich. Ich war nicht bereit für das. Ich habe sicher, dass du richtig kennengelernt hast. Bevor ich mich verlassen habe, ich hoffe, dass ich es zu tun habe. Ich bin nicht verletzt, Kapitän. In einem Moment, du hast das gemacht für deine Crew. Du. Was war das Moment? Ich will wissen, dass es eine Realität gab. Was war das Problem? Es gab eine Reise. Es gab eine Reise. Es gab eine Reise. Wir mussten einen schweren Weg, um die Ordnung zu halten. Und die Dinge verabschieden. Als die Decay setzten, wir haben sicher, dass die Crew sicher sind. Einige sogar fühlten sich glücklich. Ignoranz ist bliss, nicht wahr? Und sie waren dankbar für die Aufmerksamkeit. Wie ein Instinkt. Die Aufmerksamkeit war einfach. Ich bin nicht sicher. In der ersten Zeit, die Effekt-Lorde inhibitionen haben. Sie wurden territorial. Rang, Protokoll. Sie können nicht verstehen. Wir mussten eine Verwaltung aufmerksamkeit. Nach einem Zeitpunkt, die Perkseidee sahen normal. Das ist das? Du hast einen Harem geöffnet, und spielst du König? 10 Jahre in einer Juvenile Fantasie? Ich kann nicht auf die ganze Zeit, wo es alles falsch ging. Und sie werden dafür gerade stehen. Es gibt keinen Weg, dass ich das schlafen lassen werde, Taylor. Ein Preis wird bezahlt werden. Wie viel? Welcher Mathematik kann diese Leben berechnen? Sein Leben ist nicht wert, den verdammten Trigger. Ich weiß nicht, wer du bist. Denn du bist kein Vater, den ich erinnere. Ich schwanke gerade sehr stark zwischen diesen beiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich meine, eine wäre das Richtige. Aber vielleicht wäre das hier das Gerechtere. Neeehh. Komm. Vielleicht gehen wir eine Rechnung für die resten des Survivors, während der Kapitän mit den Hohen wir durch unsere Mechs verabschieden. Jetzt warte, ich soll mich geschehen. Die verrückte Leute, du wirst nicht wissen, was ich mit mir machen kann. Wir können uns denken. Mein Vater war ein anderes Mann, Shepard. Ein guter Mann. Ich wünschte ihn. Jakob! Jakob! Du bist ein besser Mann, dead. Wie ich bin, du immer bist. Jakob! Ich wollte nochmal anmerken, das war echt nicht die Option, die ich meinte. Also ich meinte wirklich, alle anderen retten und ihn da lassen, nicht ihn wirklich da lassen, damit die ihn umbringen. Das war nicht Sinn der Sache. Das war nicht Sinn der Sache. Mein Schiff. Without a report to you. Ich hatte keinen Grund mehr zu glauben, dass Jakob sein Vater war, als er hat. Aber ich bin froh, dass die Situation hinter dir ist. Okay. Du hast es geschafft. Wer hat es geschafft? Ich habe. Beide. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Wir sprechen. Ihr Interpretation von Sicherheit in private. Siepp. Ich habe. Ich habe. Wir sprechen.